Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Markus Erklärt. Heute sind von Peak Design Backpacks dran. Die Backpacks sind aus einem Kickstarter-Projekt entstanden, nachdem Peak Design extrem erfolgreich mit dem Messenger gestartet hat. Sie haben das Ganze jetzt nochmals massiv getoppt mit Backpacks, Messenger, Lens Pounds und was es dort noch alles gibt, wo es auch weitere Videos von uns geben wird. Heute geht es um die beiden Rucksäcke. Das ist der 20 Liter, das ist der 30 Liter. Peak Design Like ist es natürlich so, dass es extrem viele kleine Sachen gibt und man die eigentlich fast nicht zeigen kann. Was ich jetzt schnell euch zeigen möchte, was äusserst clever ist, ist der seitliche Zugang. Und den habt ihr halt von beiden Seiten. Es ist jetzt nicht so, dass ihr euch hier auf einer Seite beschränken müsst, sondern ihr habt den wirklich von beiden Seiten. Es hat magnetische Taschen auf der Seite. Ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, den über einen Trolley zu tun. Ich kann ganz viele Sachen mit dem machen. Und ich würde euch vorschlagen, am besten bei solchen Rucksäcken käufen ist immer, nehmt das Material mit, das ihr reintun wollt. Kommt vorbei, probiert aus, kauft und seid glücklich. In diesem Sinn, habt einen schönen Tag. Ciao zusammen. Abwech, Crowd. prendre. Mins.